Hallo, ich bin der Markus Arnold, ich bin Verkaufsleiter bei der Firma Sutterlöte, bin seit zwei Jahren dabei. Ich betreue insgesamt acht Märkte. Mein Job als Verkaufsleiter ist, Marktmanager und deren Team in die Häuser zu begleiten und zu coachen. Vor allem am Anfang, wenn man neu als Marktmanager bei uns beginnt, hat man eine intensivere Betreuung vor einem Verkaufsleiter. Meine zwei Kollegen und ich sind stets bemüht, dass wir unsere Marktmanager fordern und fördern können und dementsprechend in die Jahre begleiten. Das fängt an, indem man Kennzahlen durchbespricht, dass man das Optische vom Markt durchschaut, dass die Qualitätsstandards von Sutterlöte in die Häuser umgesetzt werden und endet dann auch bei gewissen Führungsfragen oder Teamfragen, die sich im Hause anstehen, wo man einfach aus Unterstützung und aus Begleitung tätig ist. Mir als Sutterlöte oder ich als Sutterlöte-Ferkaufsleiter und ich habe auch das Gefühl, dass das meine Marktmanager so empfinden. Zumindest sagen sie es zu mir immer. Sie sind stolz, dass wir in dieser Firma oder bei Sutterlöte arbeiten und das ist etwas, wo man sich vorstellen kann in Pension zu gehen und das ist aber schon in einem zarten Alter, wie ich es bin mit 36 Jahren.